Ich habe einen Torwart genommen, Karl. So ist es nicht. Dann kann ich doch eigentlich nicht zu sechs da springen. Und zu sechs, vier, fünf, fünf. Aber dann musst du mal wechseln, oder? Wechseln ist sparen. Was? Jetzt wollen wir doch nicht echt. Ich hab doch gesagt, das geht jetzt doch nicht. Es geht jetzt doch nicht. Wurscht. Machen. Schau mal nicht. So ein Tom. Aua, ne? Ich hab da... Aua, das war nicht. Ist das du? Ich bin das ja. Ich bin da unten. Nimm's doch. Na, das ist mir. Na, ich hab zwei die Oma jetzt. So die Tom um die Couch scheidig. Hehehehe. Hä? Bin ich jetzt. Ich bin oben und ich hab's unten. Na. Ich bin oben. Hä? Hey, wir kommen ja da. Hast du doch bitte. Grün ja. Hast du? Ah, jetzt check ich das. Wir machen das zum ersten Mal. Nice. What the fuck? Was ist das? Oh. Hier ist die kleine Eröffnung. Ja, oder so. Farsi. 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 Farsi schaffst du echt. Nee, glaube ich. Hä? Was kommt denn hier? Farsi. Farsi. Gingelang sie auch mein Servier. Farsi. 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 Das ist ja wohl schon nicht. Ich werde die Grasmaske. Ja, warum ist das? Ist das auch nicht gut? Du? Ja. Oh, fix! Oh, jetzt kann ich den Schuss. Was? Ich habe den 2? Ja. Ich verstehe nicht, dass ich blöde mal an. Ja. Ist das wirklich? So, ich schicke das. So ein 3 ist hier. Das ist unten rein. Das ist unten drin. Na gut. Das bin ich. Ja, das ist ein schönes Mikro. Der ist ja auch zu gesehen. Ja, der ist ja schon dermaßen angepisst von uns 2. Ja. Ich habe mal umgefahren und du hast mich gespürtet. Ja. Sag du ja. Du noch? Ja, die Richtung ist ein bisschen da, wenn man das kommt. Das ist so wie der Alarmsnäher. Das ist schon mal. Ok. Mach ninth, Juli. Schne paradise. Schwachst du? New. Das ist lustig, weil eigentlich jeder quasi zähle sich ohne den Topf spielen können. Gut. Oh Mann, ey. Das ist ja lustig. Auf welcher geht es ja eigentlich. Wohin oder? Ja, Mann. Was hilft er? Ja, ich habe ein bisschen. Jetzt haben wir eigentlich nichts mehr dabei. Er kann euch quasi was gewinnen. Das ist echt bitter. Ich brauche ja gar nichts machen. Ich darf es patrouillieren und patrouillieren und patrouillieren und ich sehe nichts. Das ist mein Magnetienzweich auf dem Weg. Wo muss ich es nicht aufholen? Nein. Ich habe jetzt echt Zeit, dass ich mich an den Holzkasten drücke und mich heilen werde. Ja, sch. Jetzt ist es absolut nichts mehr. Ich darf jetzt meinen Bruder erleuchten. Ich darf jetzt meinen Bruder erleuchten. Darf er so? Wie war das? Wie war das? Das ist schon ein bisschen was für Englisch aber. Oma? Hör, das weiß ich nicht, ich hab so ein Turbock. Bist du, bist du, wo bist du? Ich bin oben, ich bin hier. Sind Sie auch, oder? Nein, ich bin unten. Ah! Ich werde mich essen. Das bist du jetzt so, oder was? So. Ja. Nein. Ähm, 12 oder 70? Ja. Es ist jetzt beide schon mal. Okay. Ja, 3. Ja, ich sehe, ob du es jetzt beide umsetzt. Du und du, du. Es wird so dermaßen, wenn du die Lichtkarte anstecken. Die Lichtkarte. Wo ist denn da jetzt? Ja, über den sie. Es ist ja eigentlich, wenn der Lichtkarte kühlt ist, heißt das, dass ich irgendwas höre, oder dass ich wie ein Feind höre. Im Fadenkreuz. Weil jetzt zum Beispiel, dass ich... Hine oben. Füllen auf den Rücken. Füllen auf den Rücken. Füllen auf den Rücken. Scheiße! Das war so dämlich. Wer ist jetzt da? Erstmal. Bei mir. Nein! Warte. Bei mir direkt. Das haben wir gerade für gewaltigen. Hilfe! Hilfe! Was sagst du? Bei mir direkt. Was, was du bist? Baut unten. Baut? Im Baut. Und ich habe keine Einsehgranate dabei. In der Beine. Was geht? Fühlt. Und ich habe mich da gehört. Guck mal... das ist wieder um es ach toll weil super spyster aus ich will sauber auch noch höh also bei mir ist er genug gewesen ich würde ihn bitte noch auslösen wo Nein, das war nicht klar, wie ging es selbst mal Fack, wo bin ich jetzt? Das will ich noch nie Ja, das ist das Ding Das wird gleich schon geschlagen oder? Die Toss Immer da unten oder was? Jürgen Atmen und den Finger geschissen wird Geschissen Den Lippen schon Das wird so eine Masse kommen Kommt so ein Teil wieder her Zum kurzen Gebäude Ja, das ist das Ding bei unten Der Feier ist unten Der Feier ist unten Der Feier ist eine Asse Nein, das gibt nicht Keiner kommt in Tüten, der Asse Nein, ich habe ohne geschossen, muss ich jetzt ja ohne fallen, so ist es nicht gegangen. Ich habe selbst gemerkt, dass man da so auf die Tür umgebracht wird. Genau. Halt! 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 Ich fahr mal in die Mitte der Butter wahrscheinlich raus, würde ich sagen. Ich fahr mal in die Mitte. Halt! Halt! So genau! Halt! Ich habe doch nichts mehr, ich habe alles an den Tangen geschnissen. Kein Hut, bitte! Halt! 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 Kommen wir runter Oh Gott, das wird auch so ein bisschen wieder rufen Nein, was hast du gemacht? Wenn wir den jetzt bitte gespannen Wie hast du das gemacht? Ich hab auch nicht gewusst den Aufzug reinsteigen Aber wie stirbst du, weißt du? Uns mit dir Super, schafft man nur Schönen Schön Das ist krank Fühst du ja auch, wenn du da in der Klasse hast? Das ist bloß noch krank Schönen Das ist bloß noch krank Ja, das ist krank Das ist bloß noch krank Es ist echt bitter, das ist echt bitter. Es ist echt bitter. So. So Bisse. Ich hab so großen Pummel gehabt. Haha, ich hab das schon geklaut. Jawoll. Hä? Soll ich wieder umgehen los? Nein. Allergieren los nicht. Das ist ja ok. Soll ich raus was tun? Ja. Oh, ich zieh mich auf den Kopf und raus.